Gutes Design sollte innovativ sein. Gutes Design macht ein Produkt brauchbar. Gutes Design ist ästhetisches Design. Gutes Design macht ein Produkt verständlich. Gutes Design ist ehrlich. Gutes Design ist unaufdringlich. Gutes Design ist langlebig. Gutes Design ist konsequent bis ins letzte Detail. Gutes Design ist umweltfreundlich. Last but not least. Gutes Design ist so wenig Design wie möglich. Gutes Design ist unaufgleich. Gutes Design ist ein Wettbewerf. Gutes Design leise. Gutes Chun von Hü hundredthäumen 1 2 3 3 3 4heg und Rastatung ihres. D Gene